Herzlich Willkommen zum dritten und letzten Teil der Videopräsentation unseres neuen Supo-Nitrum. Neben der reinen Performance des Nitrum ist es uns natürlich auch sehr wichtig, dass der Nitrum sich an Ihren ganz eigenen Lifestyle anpasst. Deshalb bieten wir eine riesige Palette an Rahmenfarben ohne Aufpreis an. Außerdem bis zu fünf Farben für Lenkräder, Lenkradgabeln, Axträgerklemmen, Rückenanbauhalterungen, Rückenbespannung und Aufkleber. Und dazu noch ein optionales Rahmendekor, das Akzente setzt. Außerdem eine Vielzahl an Carbon-Optionen, Spinachy-Räder und auch unseren ganz eigenen Freestyle-Bag. Tausende von Möglichkeiten also, sich Ihren ganz individuellen Nitrum zu gestalten. Denn Sie wissen ja, über Geschmack kann man sich nicht streiten. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und weiterhin viel Spaß beim Rundgang über unseren virtuellen Messestand. Rundgang 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 Rundgang